In diesem Büro wird einfach alles geteilt. Der Morgenkaffee, der Lunch, der Nachmittagskuchen. Aber die wirklich wichtigen Dinge, nämlich die digitalen Dokumente, die erfolgreicher Arbeit zugrunde liegen, werden noch nicht geteilt. Dies führt dazu, dass zig Fassungen ein und desselben Dokuments herumschwirren und keiner mehr weiß, welche denn nun auf dem aktuellsten Stand ist. Und weil nur vom internen Server aus auf die Dokumente zugegriffen werden kann, nehmen auch Externe am E-Mail- und Versionen-Chaos teil. Eine Situation, die nach Klarheit verlangt und mit Microsoft SharePoint eine passende Lösung für unser Unternehmen bietet. Kollaboration mit Kollegen ist hier nicht nur möglich, sondern sogar erwünscht. Denn Dokumente werden auf dem SharePoint der WSW gespeichert und synchronisiert. So können mehrere Kollegen an einem einzigen Dokument arbeiten, auch abteilungsübergreifend. Und es ist sichergestellt, dass nur eine Version des Dokuments existiert und immer up-to-date ist. Und auch Hausexternen können Dokumente, zum Beispiel für Projektarbeit, ganz leicht zugänglich gemacht werden. Ganz gleich, von wo aus Sie arbeiten. Mit SharePoint haben Sie ein Intranet, das in jede Hosentasche passt und die originale Darstellung des Dokuments dabei immer beibehält. Und wenn Sie doch einmal ein Dokument ganz für sich alleine haben wollen, nutzen Sie ganz einfach OneDrive als Ihren persönlichen Datenspeicher. So bedeutet getane Arbeit immer auch geteilte Arbeit. Und es bleibt genug Raum für gemeinsame Zeit.